Mein Name ist On und ich habe jetzt gleich beim Projekt Media & Me mitgemacht. Media & Me ist ein mega flottes Projekt, den zu Lützeburg und der Balz und in Deutschland ist. Und es geht halt darum, es für verschiedene Bereiche an der Medienwelt zu lehren und zu gucken zu gehen. Zum Beispiel, wir waren beim Radio, beim Lützeburger Wucht und wir konnten halt so, wo wir waren, noch immer ein kleines Salber machen. Zum Beispiel mal gelehrt, wie ein Radiobeitrag ich möchte. Das ist für alle Menschen, die etwas auf Medien machen wollen und nicht genau wissen, wie es war oder wie genau. Und das ist auch super, viele Kontakte zu knüpfen und ich bin auch mega gefühlt, neue Leute zu lehren. Und das ist auch immer ein bisschen, ob es auch nichts ist und ich sage dir mal, wie die Welt oder alles so wirklich ist. Und das ist natürlich immer super für Erfahrungen zu machen. Dafür, die können dich auch bloß bewerben und ich kann wirklich alle Menschen mit Herz lehnen. in dem Dummerzimmer. Hallo, ich bin Lara und letztes Jahr habe ich an einem wirklich tollen Projekt teilgenommen. Es heißt Media and Me. Und wie der Name schon verrät, ist es ein Medienprojekt für junge Menschen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dürfen dort einfach mal hinter die Kulissen gucken von den Medienhäusern in der Großregion. Und es war wirklich teilweise sehr spannend. Also bei RTL Luxemburg durften wir einfach die Fernsehstudios sehen. Und ja, das war wirklich sehr schön. Und im Belgischen Rundfunk, da konnten wir einfach wie Radioreporter losziehen und haben da einfach ein Interview geführt und dann unsere Texte geschrieben und eingesprochen. Und am Ende hatten wir da einen kleinen Radiobeitrag, der dann auch wirklich gesendet wurde. Das war wirklich sehr schön, dann mal zu sehen, was eigentlich so im Alltag eines Radioreporters passiert. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen, aber wenn ihr das jetzt spannend fandet und sowas auch erleben wollt, dann bewirbt euch doch jetzt. Hi, die Bewerbungsphase für Media and Me 2022 startet jetzt und ich kann jedem Interessierten nur sehr nahe legen, sich dort zu bewerben. Es war ein tolles Projekt einfach. Ich hatte super viel Spaß und es war wirklich super, super informativ. Wir waren in den verschiedensten Medienhäusern. Wir wurden dort mit Informationen praktisch zugeschüttet. Es war einfach nur toll, das alles zu sehen. Wir konnten in die Arbeitsalltage der Menschen dort blicken. Wir haben eigene Beiträge produziert, super viel praktische Übungen gemacht und wir konnten alle unsere Fragen stellen, die wir irgendwie hatten. Es war extrem interessant. Ich bin sehr glücklich dabei gewesen zu sein und auch viele tolle Leute kennengelernt zu haben. Und ich kann jedem sehr ans Herz legen, der halbwegs interessiert ist oder vielleicht noch interessiert sein wird, sich dort zu bewerben. Wie gesagt, also euch allen viel Glück. Ichke mich. Viel Glück. Ich bin ganz nett. Familie und meinem coach referieren direkt die Linz ansonstitzen auf Cosmos. Ich binny zu bachelor bei dir von拜 dipieren.